In einem kleinen Dorf in der Nähe der Stadt Runan in der Provinz Henan in China lebt die Familie Yang. Sie sind wie die meisten Leute in der Gegend Bauern und sie haben bereits drei Kinder, als 1968 ihr Sohn Xinhai geboren wird. Bitte lass dein Like da und denk daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Zwischen Ende 2000 und 2003 ereignet sich in Henan und drei angrenzenden Provinzen eine Mordserie, die unvergleichbar ist. Insgesamt werden 67 Menschen getötet. Alle von ihnen wohnen in winzigen Dörfern auf dem Land, wo sich alle untereinander kennen. Yang Xinhai ist ja selbst in einem solchen Dorf geboren worden und in den 70ern in extrem armen Verhältnissen aufgewachsen. Sein Vater Jong-Wan arbeitet bereits, seit er ein Teenager ist und seit sein eigener Vater, also Xinhais Großvater, während des Krieges unter ungeklärten Umständen hingerichtet wurde und auch seine Mutter kurz darauf gestorben ist. Der Großvater hatte beim Sicherheitsdienst gearbeitet und was ihm genau zur Last gelegt wurde, das die Hinrichtung begründete, hat Jong-Wan nie erfahren. Xinhais Mutter Shai-Yun heiratet Jong-Wan, als beide noch sehr jung sind. Shai-Yun ist seit frühester Kindheit auf sich alleine gestellt und hat keine Ahnung, wer ihre Eltern sind. Bis zum Teenager-Alter hat sie noch nicht mal einen eigenen Namen. Sie gibt sich selbst den Spitznamen Shai-Yun, den sie bis heute als ihren Vornamen nutzt. Shinhai ist anfangs sehr gut in der Schule und da seine Familie Hoffnung hat, dass er einen guten Schulabschluss machen und studieren könnte, stecken seine Eltern alles, was sie haben, in seine Ausbildung und seine Schwester bricht sogar die Schule ab, um arbeiten zu gehen und ihrem Bruder Shinhai den weiteren Schulbesuch zu ermöglichen. Seine jüngeren Brüder besuchen die Schule ebenfalls nur kurz. Die Familie hat mittlerweile insgesamt sechs Kinder, davon fünf Söhne und können kaum genug zu essen für alle aufbringen. Später sagen die Eltern selbst, Shinhai wäre von allen Kindern am besten behandelt worden und vor den anderen bevorzugt worden, da seine Leistungen so vielversprechend waren. Auch bei den Leuten im Dorf ist er als Kind äußerst beliebt gewesen. Er kann ausgesprochen gut zeichnen, was dazu führt, dass viele Leute sich Bilder von ihm anfertigen lassen. Als Teenager besucht Shinhai dann die Oberschule in Yofang Diencha, wo er auch wohnt, doch es ist schwieriger für ihn, als alle erwartet haben und er bekommt plötzlich schlechtere Noten. Darüber hinaus kommt er mit dem wenigen Geld, das seine Eltern ihm geben können, nicht aus. Er ist neidisch auf seine Brüder, die in einer Kohlenmine arbeiten und einige Cent am Tag verdienen. Er gerät deswegen in Streit mit seinem Vater. Als Zhongwan dann extra anreist, um ihm Lebensmittelmarken vorbeizubringen, erfährt er von einem Lehrer, dass Shinhai alle seine Sachen mitgenommen hat und bereits seit einer Woche nicht mehr aufgetaucht ist. Er ist zu der Zeit etwa 16. Seine Familie hört ein ganzes Jahr lang nichts von ihm. Dann bekommen sie plötzlich einen Brief, in dem er ihnen erzählt, dass er in Taiyuan leben und arbeiten würde. Sein Vater reist nach Taiyuan und findet seinen Sohn auch dort, doch er weigert sich, mit ihm nach Hause zu kommen. Er möchte lieber arbeiten gehen und sagt seinem Vater, dass es ihm so gut geht, wenn er für sich ist und arbeiten kann. Danach zieht er im ganzen Land herum und arbeitet in vielen verschiedenen Orten. Doch er erlebt schnell einige Enttäuschungen, als er mehrmals um sein Gehalt betrogen wird oder viel weniger bekommt, als ihm versprochen wurde. Deshalb beschließt er, sein Leben zu vereinfachen, indem er viel weniger arbeitet und beginnt, Diebstähle in Privathäusern zu begehen, von denen er dann überwiegend lebt. Dabei wird er mehrfach festgenommen und muss auch mehrmals für einige Monate ins Gefängnis. Im Jahr 1991, als er 23 ist, lernt er ein Mädchen kennen und kommt mit ihr zusammen. Doch kurz darauf muss er wieder mal wegen Diebstahl ins Gefängnis, und zwar für ein ganzes Jahr, da er Wiederholungstäter ist. Seine Freundin verspricht, auf ihn zu warten. Kurz bevor er die Haft antritt, trifft er erneut seinen Vater, der wieder extra angereist ist und ihn dazu bewegen möchte, nach seiner Haft doch nach Hause zu kommen. Doch wieder lehnt Shin Hai ab und überlegt es sich auch während der Haft nicht anders. Er hat ja den Plan, nach seiner Freilassung seine Freundin zu heiraten. Doch nach seinem Gefängnisaufenthalt erfährt er, dass sie einen Monat zuvor einen anderen geheiratet hat. Dies schürt Wut in ihm, da er sich von ihr zum Narren gehalten fühlt. Er hat nun noch weniger Lust als zuvor auf ein geregeltes Leben. Er lebt weiter ohne festen Wohnsitz und geht auch wieder stehlen. Doch er ist vorsichtiger geworden und lässt sich nicht mehr erwischen. Fünf Jahre später, als er 28 ist, trifft er in einer einsamen Gegend bei Shijajuan auf eine junge Frau. Er nutzt die Gelegenheit aus und beginnt, die Frau zu bedrängen. Er versucht sie zu küssen und sie beißt ihm ein Stück aus der Zunge heraus, bevor sie wegrennen kann. Sie geht sofort zur Polizei und Shin Hai kann kurz darauf festgenommen werden. Er muss für den Übergriff für vier Jahre ins Gefängnis. Nach seiner Freilassung im Jahr 2000 kehrt er in seine Heimatprovinz Henan zurück. Allerdings geht er nicht nach Hause zu seinen Eltern. Er hat seinen Vater seit neun Jahren und seine Mutter noch länger nicht gesehen. In Henan schließt er sich kurzzeitig einer organisierten Liebesbande an. Doch er stellt nach einer Weile fest, dass er besser alleine arbeitet. Wie er später selbst berichtet, hat er zu dieser Zeit schon lange kein Interesse mehr an irgendwelchen freundschaftlichen Kontakten. Er möchte alles alleine machen, sich nur um seine eigenen Bedürfnisse kümmern und interessiert sich in keinster Weise für andere. Am 19. September dann werden in dem kleinen Dorf Gojuang in Henan die Leichen eines älteren Ehepaars gefunden, das in ihrem Bungalow am Westende des Ortes mit Ziegelsteinen erschlagen worden ist. Das ganze Dorf ist schockiert, weil die Tat eine so hohe Grausamkeit aufweist. Fast 400 Kilometer entfernt, in einem Dorf bei Wangdian in der Provinz Anui, geschehen nur elf Tage später gleich drei Morde. Die 62-jährige Qi Chuning und ihre zwölf und sieben Jahre alten Enkel Yateng und Yatau sind zu Hause getötet worden. Der Täter ist mit äußerster Brutalität vorgegangen. Chunings Schädel ist mit einer Eisenstange zertrümmert worden und sie hat viele Stichverletzungen im Gesichts- und Halsbereich. Auch die Kinder wurden in den Hals gestochen und Yatengs Stirn weist ein riesiges Loch auf. In einer von Yatau's Verletzungen am Hals steckt ein Stück Seil. Die Dorfleute sind entsetzt und können sich nicht vorstellen, wer ein solch grausames Verbrechen begangen hat. Nachdem er in weniger als zwei Wochen fünf Menschen umgebracht hat, legt Chunhai erstmal eine Pause ein. Er sagt später, nach der zweiten Tat hätte er Angst bekommen, dass die Polizei ihn erwischen würde. Die nächsten Morde begeht er deshalb erst zehn Monate später, am 1. August 2001 in Loha im Bezirk Linying, wieder 300 Kilometer vom letzten Tatort entfernt. Er dringt erneut in ein Haus ein und tötet die 42-jährige Di Chi Chen und ihre beiden Kinder, die 14-jährige Lu Fei Fei und den 11-jährigen Lu Ji Hong. Wieder schlägt er mit stumpfen Objekten auf die Köpfe seiner Opfer ein und führt danach mit den Leichen verschiedene Praktiken aus. Wenige Wochen danach wird ein Ehepaar auf einem Bauernhof in Shiba ermordet und kurz danach wird ein weiteres Paar in seinem Haus in Pingdingshian umgebracht. Die ganze Zeit ist Chunhai zu Fuß oder auf gestohlenen Fahrrädern unterwegs. Er schläft draußen in den Feldern, steht Lebensmittel und zieht in der Gegend herum. Die Häuser, in die er einbringt, um zu morden, sollen alle seinem eigenen Elternhaus geähnelt haben und zumeist nicht eingezäunt gewesen sein. Im Januar 2002 tötet er erneut drei Personen in Tongshu. Nach seiner sechsten Tat, er hat nun schon 15 Menschen umgebracht, macht er wieder eine Pause, dieses Mal für etwa ein halbes Jahr. Am 28. Juli 2002 treibt er dann in Mengklu sein Unwesen. Er dringt in das Haus der Familie Shang ein und tötet die 69 und 77 Jahre alten Großeltern sowie die 12 und 16 Jahre alten Enkel. Neben den Morden überfällt er auch immer wieder, wenn sich die Gelegenheit ergibt, Frauen, die er vergewaltigt und dann gehen lässt. Die einzelnen Vorfälle werden natürlich auch von der Polizei ermittelt. Doch es dauert einige Zeit, bis ihnen klar wird, dass alle Taten von ein und derselben Person begangen wurden. Die Taten sind zwar alle innerhalb eines bestimmten Radios, doch die Provinz Henan ist riesig und zwischen den Tatorten liegen meist Dutzende von Kilometern. Am 22. Oktober bricht er nachts in ein Haus in Maosai ein und attackiert das Ehepaar Fenn und die sechsjährige Tochter. Er attackiert die ganze Familie und schlägt mit einem Hammer auf sie ein, während sie noch schlafen. Während der 34-jährige Ehemann und die Tochter sterben, überlebt die Ehefrau die Attacke schwer verletzt. Es ist bereits häufiger vorgekommen, dass einzelne Mitglieder der ganzen Familien, die Shinhai immer überfällt, überlebt haben. Nur wenige Tage später mordet er erneut, in einem kleinen Dorf in Shao Dien. Er ist in eine Gegend zurückgewandert, wo er bereits Monate zuvor aktiv war. In Shao Dien bricht er am 8. November 2002 in ein Haus ein, wo er fünf Menschen tötet, die nicht näher benannt werden. Nur eine Woche nach der letzten Tat, am 16. November, ermordet er eine Großmutter und ihre 14-jährige Enkeldin, und zwar im gleichen Dorf in Shao Dien. Ganz schön riskant. Bisher ist er ja immer zwischen den Taten Dutzende oder sogar Hunderte Kilometer weit gewandert oder gefahren. Bei den meisten seiner Taten trägt er Handschuhe und Socken über seinen Schuhen, um keine Spuren zu hinterlassen. Auch sonst ist er extrem vorsichtig und versucht, keine DNA am Tatort zu verteilen, was ihm aber nicht immer gelingt. An vier der Tatorten kann Shinhais DNA später nachgewiesen werden. Er verlässt nun die Gegend und taucht am 1. Dezember im 100 Kilometer entfernten Wangpilju auf, wo er eine dreiköpfige Familie tötet. Wie auch bei seinen anderen Taten schlägt er mit stumpfen Objekten auf seine Opfer ein. Am 13. Dezember tötet er zwei Personen in Yanling, und nur zwei Tage später fallen ihm der 42-jährige Li Shinde und seine beiden Kinder, eine zwölfjährige Tochter und ein acht Jahre alter Sohn zum Opfer. Sie wohnen in Linchuan, wieder ein Stück vom letzten Ort entfernt, doch Shinhai bewegt sich in einem Radius von mehreren hundert Kilometern in den Provinzen Henan und Anui. Die Tat ist äußerst brutal, die Dorfbewohner berichten von einem entsetzlichen Tatort. Der Täter hätte die Familie mit einem Hammer erschlagen und die Leiche der Tochter missbraucht. Mittlerweile legt er kaum noch Pausen zwischen seinen Taten ein. Zwischen dem 6. Januar und dem 28. März 2003 begeht er fünf Taten, bei denen er insgesamt 19 Menschen umbringt. Immer noch konnte sich niemand gegen ihn zur Wehr setzen, nie macht Shinhai einen Fehler. Die Polizei stellt inzwischen so langsam umfangreichere Ermittlungen an, und Shinhai ist kreuz und quer in der Provinz unterwegs, um seine Spuren zu verwischen. Nach den jeweiligen Taten erinnern sich aber immer einige der Anwohner der betroffenen Orte, dass sie in den Tagen zuvor einen herumziehenden, offensichtlich obdachlosen Mann in der Nähe des Dorfes gesehen haben. In vielen Fällen treten ja in den Tagen vor den Morden auch Diebstähle in den Orten auf, die ebenfalls einige Bewohner mit dem fremden Mann in Verbindung bringen. Doch bevor sie den Zusammenhang erkennen, ist Shinhai bereits wieder über alle Berge. Doch den Ermittlern ist inzwischen klar, dass sie es mit einem Serientäter zu tun haben. Am 2. April 2003 bricht er in ein Haus in Tao Yuan ein und tötet dort zwei Personen und belästigt und verletzt eine weitere, bevor er flieht. Tao Yuan ist der Ort, an dem er gearbeitet hat, nachdem er als Jugendlicher die Schule abgebrochen hat. Nach dieser Tat muss Shinhai eine Zwangspause einlegen, denn ab April breitet sich die SARS-Epidemie im Landkreis aus und es ist schwierig für ihn, weiter unauffällig unterwegs zu sein. Er hält sich also als Obdachloser im Kreis Shenyang auf, nicht weit entfernt von seinem Heimatort, aber er kehrt wieder nicht nach Hause zurück. Nach dem Ende der Epidemie, vier Monate später, bekommt Shinhai Wind davon, dass die Polizei nun provinzübergreifend damit begonnen hat, die ganzen Morde zu ermitteln. Shinhais erste Tat liegt mittlerweile bereits drei Jahre zurück. Die Polizei ist unter anderem auf der Suche nach Leuten, die früher in der Provinz gelebt haben oder dort geboren wurden und sie inzwischen verlassen haben. Dazu gehört auch Yang Shinhai. Sie suchen sein Elternhaus in Henan auf. Natürlich ist er nicht da. Doch da sie bereits DNA-Proben von einigen Tatorten sicherstellen konnten und dass, obwohl Shinhai so vorsichtig gewesen ist, muss Shinhais Vater eine Blutprobe abgeben, damit die Ermittler schon mal die Wahrscheinlichkeit eines Matches mit Shinhai einschätzen können. Nachdem die Blutprobe ein Match ergibt, suchen sie Shinhais Eltern immer wieder auf, um Informationen über seinen Aufenthaltsort zu bekommen. Doch sie können ihnen nicht helfen. Sie haben Shinhai selbst ja seit Jahren nicht gesehen. Nachdem die Polizei nun so umfangreich im Haus der Yangs ermittelt, dauert es auch nicht lange, bis Reporter aus aller Welt in dem kleinen Dorf erscheinen. Zhongwan, Shinhais Vater, erfährt die Details der Taten, die sein Sohn begangen haben soll, nicht von der Polizei, sondern von den Reportern. Shinhai hat nicht nur zu seinen Eltern, sondern auch zu keinem seiner Geschwister mehr Kontakt aufgenommen und als er erfährt, dass die Polizei nach ihm sucht, nimmt er einen Bus und flüchtet erstmal aus Hennern. Doch er befindet sich immer noch in einem totalen Blutrausch. Obwohl er weiß, dass nach ihm gesucht wird, mordet er weiter. Über 700 Kilometer von der Provinz Hennern entfernt, in Hebi, ermordet er in der Nacht auf den 5. August 2003 das Ehepaar Li und seine Tochter. Der Sohn der Familie, der die Nacht einige Häuser weiter bei seinem Onkel verbracht hat, kommt am nächsten Morgen nach Hause und findet die Leichen seiner Familie. Der Tatort sieht wie nach allen Taten Shinhais schrecklich aus. Ein Auge des Vaters ist entfernt worden und die Leichen sind zum Teil mit einer Axt zerhackt. Wie Shinhai später berichtet, war er bereits am 4. August, also einen Tag zuvor, auf Diebestour in Hebi. Dabei hat er bereits das Haus der Lies betreten, kein Geld vorgefunden und ist wieder gegangen. Später auf seinem Raubzug findet und stiehlt er im Haus eines anderen Dorfbewohners die Axt, die er dann bei der Tat bei den Lies am nächsten Tag benutzt hat. Er sagt außerdem, er hätte sich bewusst für das Haus der Lies entschieden, da er am Vortag bei dem Einbruch das Zimmer der Tochter gesehen hätte und sich nach der Tat noch an ihrer Leiche befriedigen wollte. Vor dem Einbruch in das Haus versteckt er sich fast eine Stunde lang unter einem Gurkenregal im Hinterhof der Familie und lauscht. Nachdem er keine Geräusche mehr aus dem Haus hört und sicher ist, dass alle zu Bett gegangen sind, riecht er ein und greift zuerst die schlafenden Eltern an. Die Axt lässt er dann am Tatort zurück. Nur zwei Tage später begeht Shinhai noch einen Mord an einer fünfköpfigen Familie im Raum Hebi. Die Familie lebt in Shijazhuang. Shinhai war hier früher schon mal. In der Nähe dieses Ortes hat ihm damals die Frau, die er überfallen wollte, ein Stück aus der Zunge gebissen. Er verschafft sich Zutritt zum Haus der Familie Wei. Sie schlafen bereits und Shinhai tötet die Eltern, den 15-jährigen Sohn und die beiden Töchter, nach seiner bewährten Methode mit einem Hammer. Der Sohn arbeitet eigentlich 130 Kilometer entfernt in einer Kohlenmine und ist extra einige Tage zuvor nach Hause gekommen, um seine Eltern zu besuchen. Die Nachbarn wundern sich am nächsten Tag, da keiner der Familie draußen zu sehen ist und das Dreirad, das der Vater normalerweise benutzt, um nachts damit aufzubrechen, um auf dem Markt zu verkaufen, steht noch vor dem Haus. Sie leuchten mit einer Taschenlampe durchs Fenster und sehen die Leichen der Eltern auf dem Bett liegen. Nach dieser Tat pausiert Shinhai mal wieder, wohl da er weiß, dass sonst auffallen könnte, dass seine letzten Taten im Zusammenhang mit seiner Tatserie in Hinland stehen könnte. Er hält sich aber weiterhin im Raum Hebi auf. Am 3. November 2003 kontrolliert die Polizei in der kleinen Stadt Kancho in Hebi routinemäßig einen Mann, der obdachlos zu sein scheint und sich seit mehreren Stunden in der Nähe einer Schule auffällt. Bei der Kontrolle benimmt er sich merkwürdig. Er wirkt nervös und hektisch. Als die Ermittler seine Personalien abgleichen, stellen sie fest, dass Shinhai in mehreren Provinzen wegen Mordes gesucht wird. Er wird sofort festgenommen. In der Presse bekommt Shinhai den Namen Monsterkiller oder das Monster von Henan. Er hat 67 Menschen bei insgesamt 26 Taten ermordet und das in nur drei Jahren. Zusätzlich hat er zehn Menschen bei den Taten schwer verletzt. Seit der Gründung der Volksrepublik China im Jahr 1949 hat kein anderer einzelner Mensch im Land so viele Personen ermordet. Zuerst gibt er sich beim Verhör ziemlich arrogant. Er sagt unter anderem, Zitat, Sie können mir nicht jeden Mord im ganzen Land anhängen. Wenn es Beweise gibt, werde ich gestehen und wenn es keine Beweise gibt, versuchen sie nicht mehr Angst einzujagen. Da die Ermittler ja DNA von Shinhai an mehreren Tatorten gefunden haben, gibt er die Taten tatsächlich kurze Zeit später zu. Sein Prozess beginnt kurze Zeit später. Es wird berichtet, dass sich bei seinen Aussagen vor Gericht seine Stimme verändert hätte, sobald er direkt über seine Taten gesprochen hat. Er hätte dann viel höher gesprochen und sich außerdem viel intellektueller ausgedrückt. Darüber hinaus scheint er sich an jedes kleinste Detail der Taten zu erinnern. Nachdem er gestanden hat, scheint er es zu genießen, darüber zu reden. Allerdings ist sein wirkliches Motiv für seine Morde bis heute nicht ganz eindeutig. Er selbst sagt, er wollte sich an der Gesellschaft rächen, vor allem an den Frauen, da er selbst immer wieder verlassen und betrogen wurde und da vor allem die eine Frau damals nicht auf ihn gewartet hatte, als er im Gefängnis war. Weiterhin erklärt er, zu Morden wäre für ihn ein Bedürfnis und mit jedem Mord hätte sich sein Bedürfnis nach weiteren Morden vergrößert. Auf die Frage, ob er denn nie irgendwelches Mitgefühl für die Opfer verspürt hätte, sagt er, Zitat, Es interessiert mich nicht, ob diese Leute es verdient hätten zu leben. Es ist nicht meine Sorge. Ich hatte nie das Bestreben, ein Teil der Gesellschaft zu sein. Die Gesellschaft ist auch nicht meine Sorge. Yang Shinhai wird am 1. Februar 2004 für seine Taten zum Tod verurteilt. Das Urteil wird nur zwei Wochen später, am 14. Februar 2004, vollstreckt. Vielen Dank fürs Anschauen bis zum Schluss. Lasst wie immer gerne einen Kommentar mit eurer Meinung zu dem Fall unten. Und denkt auch daran, ein Abo und ein Like dazulassen. Wenn ihr Lust auf noch mehr Kriminalfälle habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Bis gleich! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.